Ich bring dir jetzt bei, wie man fickt! Ah! Oh! Okay, also wenn das eine Bestimmung ist, alle mal herhören. Gestern hab ich jemanden meinen geblasen, der hier arbeitet. Mir. Diese weichen Knochen sind wirklich praktisch. Wobei einer gar nicht weich war. Da bin ich mir mal nicht in die Hand, sondern in den Mund gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Hopsen. Du hast ihn dir endlich selbst gelutscht. Ja! Hab's doch gewusst. Könnten Sie ihn dem wegnehmen? Ich schieb das Teil lieber wieder rein. Na los, Hopsen. Isst die verdammten Erbsen. Okay, Hopsen. Hier kommt dein Flugzeug. Pilotenschwanz. War ja ganz einfach. Sie meinte mal, sie würde gern Dreier haben, aber ich find doch bestimmt nie jemanden, der einen Dreier mit einem Delfin haben will. Was redest du da? Ich kenn' ein tolles Mädel, das ich zu euch schicken kann. Ja, äh, ich glaub' ich will niemanden, der deinen klebrigen Arsch schon gesehen hat. Oh nein, mit der war ich noch nie in der Kiste. Sie ist überhaupt nicht mein Typ. Sie ist jung, sexy, gelenkig und hat keinen 25 Zentimeter Latino-Schwängel. Höchlich? Danke, Hopsen. Wie kann ich mich revanchieren? Also, du könntest mir helfen, meine Nüsse aus der Toilette zu holen. Oh, scheiße. Hopsen, was hab ich dir wegen deiner überall herumliegenden Eier gesagt? Hat jeder eine Aufgabe. Zigarren, Zigaretten, Schweins. Also, ich hatte seit Jahren keine Ziga... Oh, mein Gott, nein! Ach, fahrt doch alle zur Hölle. Ich kündige und jetzt kündige ich meine eigene Polizeistappe.